Musik Wir kassen heute für die Modenschau auf der Kind und Jugend. Das wird eine High-Fashion-Modenschau für Kindermode. Labels, die dabei sind, sind zum Beispiel Fendi, Roberto Cavalli, Armani Kitz. Musik 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 Ich bin gefragt worden, ob ich Lust habe, Jurymitglied zu sein. Und ich habe dann eigentlich auch spontan und direkt Ja gesagt, weil ich gerne mit Kindern zusammenarbeite und auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Und ja, ich natürlich auch unterstützen möchte, dass die Kinder einfach Spaß an der Sache haben. Musik 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 Was wir nicht suchen, sind Kids mit Allüren oder die, die das schon mal gemacht haben oder wo die Eltern das möchten, sondern wir wollen Kinder haben, die Spaß haben, die sich in einem natürlichen Umfeld fühlen und die einfach Spaß haben, auf der Bühne zu stehen und eine Choreografie zu laufen, die sie vorher gelernt haben. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Kinder Spaß daran haben. Das merkt man eigentlich auch nach zwei Sekunden. Ob die Kinder das selber wollen oder ob da hinten jemand steht und sagt, komm, jetzt geht doch, wir haben das doch gestern ganz toll geübt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020